Tauchen Sie ein in die Welt von Saro, Ihr Spezialist für eine angemessene Betthygiene im Privathaushalt und Hotelgewerbe. Als Potema-Fachbetrieb sorgen wir dafür, dass Ihre Matratzen immer im hygienisch einwandfreien Zustand sind. Milben, jeder kennt sie und hat sie im Fernsehen schon gesehen. Aber nur wenige Menschen wissen um die wirkliche Problematik ihrer Existenz. Pro Jahr verlieren wir Menschen etwa ein halbes Kilo feinste Hautschüppchen im Bett, welche dann durch das Gewebe unserer Bettlaken und Bezüge in das Innere unserer Matratzen gerieben werden. Dort angekommen haben die Milben Futter im Überfluss. Tausende Luftporen im Inneren unserer Matratzen dienen als Brut- und Nistplatz dieser Schmarotzer. Nach nur einem Jahr tummeln sich etwa zwei bis vier Millionen Milben in unseren Matratzen. Milben sind harmlos, benutzen unsere Matratzen allerdings ständig als Toilette. Diese Exkremente setzen Bakterien, Keime und Pilze an und stellen ein Hygieneproblem dar. Deshalb reicht es auch nicht aus, nur den Matratzenbezug zu waschen, denn der stellt nur die Hülle der Matratze dar. Der wesentlich größere Teil der Verschmutzung ist im Inneren der Matratze, im Matratzenkern. Und dort lagen sich große Mengen von Milbenkot ab. Auch ein Stabsauger schafft hier keine Abhilfe, sondern hier sollten Sie eine professionelle Matratzenreinigung durchführen lassen. Denn das sollte zur normalen Betiköne dazugehören. Es ist doch auch unlogisch, den Staub von Schränken und Möbeln zu wischen, Kleidung, ja sogar Vorhänge zu waschen und aber den Milbeschmutz und die Verstaubung und Verschmutzung in der Matratze drin zu lassen. Krankenkassen und Dermatologen raten dringend zu einer regelmäßigen, professionellen Reinigung. Denken Sie einmal darüber nach. Saro leistet viel Aufklärung. Die Milbenproblematik wird in tausenden Einzelgesprächen erklärt. Eine Terminvereinbarung erfolgt dann telefonisch, nachdem jeder die Möglichkeit hatte, sich ausgiebig mit der Thematik zu beschäftigen. Erkundigen Sie sich nach unseren Reinigungstouren auch in Ihrer Nähe. Saro ist in tausenden Haushalten unterwegs. Das ist Frau Donau, Frau Saro. Guten Tag. Jeder Kunde erhält einen kostenlosen persönlichen Milbentest. Hierbei wird ein kleiner Teil der Matratze gereinigt. Die Schmutzpartikel werden in nur wenigen Minuten mit einem Labortest vor Ort analysiert, um festzustellen, in welchem Maße die Matratze mit Milbenkot belastet ist. Somit kann sich jeder vom Verschmutzungszustand der eigenen Matratze überzeugen. Erst nach dem Milbentest treffen Sie Ihre Entscheidung für oder gegen eine Reinigung. Überzeugen Sie sich selbst. Saro reinigt Matratzen mit den weltweit patentierten Potema-Reinigungsmaschinen. Eine intensive UVC-Strahlung, bekannt bei der Desinfektion im medizinischen Bereich, tötet sämtliche einzellige Lebewesen einschließlich Milben ab und entkeimt die Matratze. Hochfrequente Schwingungen pulverisieren Milben und Milbenkot, welcher anschließend mit einem speziellen Vakuum aus der Matratze entfernt wird. Das Reinigungssiegel bestätigt die einwandfreie Reinigung und zeigt Ihren nächsten Reinigungstermin an. Sie entscheiden, wann die nächste Reinigung stattfinden soll. Als Matratzenspezialisten erhalten Sie bei Saro natürlich auch neue Matratzen, Lattenroste und andere Bettwaren. Saro betreibt den Matratzenverkauf der Zukunft. Keine kostspieligen Ausstellungen, dadurch Preisvorteil für unsere Kunden. Wir kommen mit unseren Saro-Verkaufsmobilen zu Ihnen. Somit erhalten Sie eine bequeme Beratung bei Ihnen daheim mit anschließendem kostenlosen Probeschlafen. Hierdurch wird die Gefahr eines Fehlkaufs deutlich minimiert. Eine kostenlose Entsorgung Ihrer alten Matratzen rundet unseren Service ab. Weitere Dienstleistungen von Saro sind eine professionelle Teppich- und Polsterreinigung. Lassen Sie Ihre Teppiche, Teppichböden und Polstergarnituren in neuem Glanz erstrahlen. Nach kurzer Besichtigung stellen wir den Verschmutzungsgrad fest und erstellen Ihnen ein persönliches Angebot. Ebenso erfreut sich unsere professionelle Außenreinigung immer größerer Beliebtheit. Egal ob Hofeinfahrt oder Steinterrasse, ob Grundstücksmauer oder Gehweg, Saro reinigt alles, egal wie verschmutzt Ihre Außenflächen sind. Wir freuen uns auf Sie! Saro – Ihr Dienstleister in puncto Sauberkeit rim 작� migration 2 7 3 2 2 1 3